hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing ihr wisst ich bin die jule und wir haben heute auch wieder einen special guest im hintergrund mein kühlschrank der hat wieder viel zu erzählen also nicht wundern falls hier komische geräusche sind das ist mein kühlschrank ich muss meine unboxings immer noch in der küche machen und den kühlschrank ausschalten das geht nicht manchmal wenn die videos ja doch ein bisschen länger ja der ein bisschen blöd mit dem gefrierfach wie gesagt vielleicht habe ich irgendwann das glück dass die sache mit dem arbeitsplatz mal in gang kommt und dann haben wir vielleicht auch eine etwas andere umgebung was das video andrehen das video andrehen das video drehen angeht so rum okay wir schauen mal was hier drin ist dieses bild ich habe eine vermutung welches ist habe ich mir bestellt nachdem ich glaube ein unboxing bei der heidi gesehen habe ich sage ja schon seit geraumer zeit ein bisschen ich möchte sparen und es ist halt so wenn ich ein schönes video sehe und dann schaue ich mir meistens auch die shops dazu an und stöbe da ein bisschen ich habe dieses bild gesehen und einfach ich muss es haben mir hat das video zugesagt und dann habe ich da ich sollte eigentlich gar nicht ich sollte die videos mir anschauen aber ich dürfte nicht auf die shopseiten gehen das war dann so ein kauf okay probier mal ich habe das bild gesehen und dachte ja das gefällt mir das möchte ich das möchte ich haben es ist ein bisschen lädiert ich habe es gestern war der post abgeholt und wir schauen mal was man sich jetzt erwartet also ihr seht schon hier das ist ein bisschen knickt und ramponiert und das ist unser karton schauen wir uns mal den karton an ne also da ist schon ja auch hier sehen wir dass es geknickt ist mal gucken mal was noch passiert auf jeden fall schon mal die legende und ja es ist das bild die legende zeige ich euch aber das auch nicht wir haben ja es ist in der mitte ein bisschen eingedellt nicht ganz so schön ein bild mit 48 farben das finde ich schon mal gut aber wie gesagt vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm ich habe gesagt notfalls ich habe mich jetzt des bügelns ermächtigt dann kommt einfach die folie runter ich mache backpapier drauf und tue die dinger bügeln hat bei mir schon eine suppe geklappt bei einer leinwand die ich absolut nicht gut fand die steinchen sind bei mir eindeutig harz steinchen die steinchen sind bei mir eindeutig harz steinchen die steinchen sind schon in zipptütchen abgepackt ihr seht wir haben hier viel schwarz und ganz vorsichtig sein müssen hier ist eine zipptüte nicht ganz zu und zwar eine von den großen wahrscheinlich mit 310 ich mache das gleich mal dass ich nicht dass ich das vergesse und dann hier ein großes steinchen chaos habe und oh ich rede schon wieder und raschle ich mache mal ganz schnell also da haben wir Glück gehabt ihr seht war nicht ganz zu aber alles ist noch gut gegangen nochmal genau das ist die 310 und das ist anscheinend nochmal 310 aber leider nicht verstuftet die zweite tüte man erkennt aber eindeutig dass es 310 ist und nicht die 939 glaube ich und hier das ist die 400 gut ähm wir legen mal die steinchen zur seite und ich zeige euch mal welches Bild ist der ausdruck ist leider nicht so schön wir haben hier eine zarte dame mit nicht viel stoff und so ganz viele Rosenbilder die so ja es hat mir auf jeden fall sehr gefallen ähm ich fand es toll und ich dachte ich probiere das mal ich schaue mir das mal an ich kann jetzt auch erstmal nicht erkennen welche Größe kann doch dann wir haben die Größe 60 x 80 also es ist so groß wie mein Luzi wird und wie gesagt 48 Farben die 310 haben wir 31.000 mal 32.000 mal damit wir das aufrunden ja es wird ordentlich ich bin mal sehr gespannt und ich würde sagen wir gucken mal rein in die Leinwand was schön ist es ist auch nochmal eingeschweißt gut kann man halt jetzt drüber streiten ob das schön ist oder ob das halt ähm ja ökonomisch nicht so sinnvoll ist da haben wir nochmal das Bild ohne Streifen im Druck und wie gesagt ähm das war für mich ein Bild ich habe es einfach gesehen und ich wollte es haben ähm von der Verpackung her erinnert es mich ein bisschen an Huacan also so von der Leinwand her wir haben auch ein großes Schiffchen mit dabei allerdings auch ein kleines Schiffchen ähm aber ich glaube nicht dass das ein Shop ist der irgendwie mit Huacan zusammen arbeitet die Folie ist auch komplett weiß so und extra nochmal gesichert mit einem Klebeband das ist ziemlich straff aufgerollt deswegen wickel ich das jetzt erstmal hier von dem Schaumstoffkern ab und lass es mal noch ein kleines bisschen temperieren was ich zum Beispiel manchmal nicht so gut finde ist wenn ich hier solche Knicke schon drin sehe weil das ist dann meistens schlecht draufgeklebt sowas sollte nicht sein wir lassen die mal noch ein bisschen ruhen und wir gucken mal uns das Toolkit an die Steinchen und ob alles da ist so brauchen wir einen Stift und ich hole euch auch noch ein kleines Stückchen runter jetzt war sogar mein Finger mit im Bild ganz toll okay aber ihr dürftet alles gut sehen wir schauen uns mal das Toolkit an weil das ist wirklich in der Tat ein kleines bisschen anders so wir haben einen rosa Stift mit einem rosa Squishy der sieht ja wirklich abgespaced aus ja ist machbar was schön ist der Squishy hält auch relativ gut ich würde wahrscheinlich trotzdem noch mal eine kleine Lage Tesa machen weil er rutscht auch ein bisschen drüber was schön ist wir haben einen Viere Sätze ich liebe diese Viere Sätze diese schmalen ja abgöttisch und wer auch fleißig Videos von anderen Mädels schaut der weiß die Dinge sind sehr beliebt und das kann ich auch absolut verstehen also die sind echt super freue ich mich immer wenn da einer dabei ist wir haben eine Pinzette schön aus Metall schön spitz ja und die geht sogar recht gut hat einen schönen Widerstand aber auch nicht zu stark wir haben nochmal glaube ich einen Zehner Sätze steht jetzt hier nichts dran aber ich denke mal das ist ein Zehner ja allerdings ich selber arbeite mit Zehner nicht ich arbeite sehr selten mit Mehrfachsätze wenn dann mit einem Viere Sätze genau zwei schöne große Wachsplättchen die sind auch schon relativ dick und zum Glück nicht eingedrückt das finde ich sehr gut wir haben ein kleines weißes Schiffchen was leider ziemlich hier hinten lädiert ist und nicht so eine schöne Qualität hat das ist aber nicht schlimm weil dieses Schiffchen das nutze ich nicht es gibt ja so ein Schiffchen nochmal in einer etwas größeren Ausführung da steht hinten Moswar drauf ich weiß nicht habe ich gerade eins hier ne gerade nicht oder doch da genau das ist ein kleines bisschen größer als das hier und meistens auch hochwertiger verarbeitet und in dem liegen die also in den weißen Mosfaschiffchen liegen die Steinchen richtig gut drin die hier sie sind okay sie sind okay für den Anfang ähm gehören aber eindeutig nicht zu meinen Favoriten genau so dann ist aber noch ein größeres Schiffchen dabei und ähm diese Schiffchen gibt es bei Huacan ja auch die sind ganz gut die haben nur einen großen Nachteil ihr seht hier vorne das ist komplett so die sind wunderschön hoch das heißt beim Schütteln fallen hier keine Steinchen raus ne also mindestens nicht so schnell allerdings das Umfüllen mit diesen Schiffchen ist nicht so schön trotzdem sind die recht praktisch ähm ich habe das dann meistens am Anfang genommen wo ich noch nicht so viele Schiffchen hatte so für Farben wie 310 oder so und die ich dann einfach sehr viel hatte und die habe ich dann auch in einem Schiffchen gelassen sodass ich dann nicht immer hin und her ähm füllen musste genau ja das war das Toolkit mal ein bisschen anders wie gesagt gerade der Squishy den finde ich hier irgendwo Bombe auch wenn es auch wenn Pink jetzt so gar nicht meine Farbe ist aber es ist einfach mal was anderes genau und wie gesagt die Pinzette ist wirklich sehr gut ok kann man das schon mal zur Seite legen und wir nehmen uns unsere Legende und unsere Tüte mit Steinchen wir können nicht die Anzahl der Steinchen überprüfen wir haben hier die Nummer drauf stehen also die Farbnummer unsere DMC Nummer und ungefähr eine Angabe wie viel wir bekommen haben also bekommen haben wir 36.128 Steinchen und ähm die Legende sagt wir brauchen ungefähr 32.000 Steinchen also wir haben ungefähr 4.000 Steinchen mehr das ist gut da kann man ähm wenn das denn stimmt ähm Ausschuss perfekt raus sortieren und muss nicht mit schlechten Steinchen arbeiten in der Angst dass da irgendwas nicht passt deswegen können wir hier ein Häkchen dran machen an die 310 ähm genau wir vertrauen da einfach mal würde ich sagen was anderes bleibt uns da nicht übrig genau manchmal hat man auch noch die Grammzahl hier drauf stehen da kann man dann nach wiegen ähm hier in unserem Fall steht nicht die Grammzahl drauf sondern die Anzahl unserer Steinchen dann haben wir ein wunderschönes Rot Nummer 26 und auch hier haben wir ungefähr 200 Steinchen mehr 300 Steinchen mehr auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe wie gesagt wir haben Acrylsteinchen das erkennt man auf der Rückseite ganz gut auch wenn kein Loch da ist ähm aber die sehen gut aus muss ich sagen ähm doch finde ich gut so und hier haben wir die Nummer 8 ein Grau da haben wir auch kleine Löchlein auf der Rückseite aber so 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 auf den ersten Blick sehen die Steinchen für mich gut aus genau da haben wir auch ein bisschen mehr drin die Nummer 40 oh solche Farben mag ich ja auch die 40 das N da haben wir 300 Steinchen laut Angabe mehr die 37 ein braun so auch hier haben wir ein bisschen mehr wie gesagt ich mag sowas ja sowas auspacken und kontrollieren und dann auch schon vorbereiten das sind so eigentlich mit die liebsten Sachen die ich beim Pinten mache neben dem Pinten natürlich also so ein Anfang von einem Bild ist für mich immer was ganz besonderes absolut ja aber das Bild werde ich jetzt noch nicht gleich machen wir werden es heute anpinten das habe ich mir auf jeden Fall ähm vorgenommen aber machen werden wir es noch nicht also noch nicht in die komplette Liste aufnehmen so die Nummer 3 haben wir auch so dann haben wir hier ein dunkles Grün die Nummer 17 was ich ein bisschen schade finde man hört es jetzt manchmal die Tütchen sind nicht komplett zugemacht das kann wirklich ähm zu Problemen führen und hier haben wir auch die Nummer 17 wir brauchen 21 Steinchen und laut Angabe haben wir 23 Steinchen drin wir sind mal gespannt aber ich glaube das sind fast schon ein bisschen mehr als 23 aber wie gesagt das sieht man dann wenn man das Bild vollendet ob da was fehlt oder nicht was mich halt da weniger tangiert wenn mal was fehlt ähm weil ich bin ja dabei mir ein Lager aufzubauen und dann ja nehm ich einfach mal Steinchen aus dem Lager wenn da nicht ganz so viele fehlen schlimm ist einfach für mich finde ich wenn viele Steinchen fehlen oder eine Farbe komplett fehlt und man bekommt die nicht nachgeliefert genau die 46 haben wir und jetzt kommt ein so ja ein rosa ein rosa was so ein bisschen mit in die Richtung Lachs geht das ist die Nummer 5 ich habe auch weiß weiß haben wir auch ein etwas größeres Tütchen die B5200 wir brauchen 1300 Steinchen ne 1300 haben wir und 1150 brauchen wir ich zeige euch nochmal das weiß ich muss sagen die Steinchen schauen ganz okay aus also bin ich erstmal positiv überrascht wie gesagt ich hatte halt vielleicht gedacht dass es wirklich ähm Mischsteinchen sind weil das gibt es ja auch aber ich habe komplett Acrylsteinchen habe ich eigentlich vorhin das Harzsteinchen gesagt habe ich heute Harz und Acryl vorbeig... äh durcheinander bemischt ich weiß es nicht auf jeden Fall wir haben Acrylsteine na ich muss mich wirklich entschuldigen ich bin vorhin erst aufgestanden und einfach nur müde und blatt und freue mich jetzt drauf hier das Bild auszupacken und euch zeigen zu können gefällt mir auf jeden Fall sehr was ich bisher sehe wir haben noch die 42 und ein etwas dunkleres Rot und ein etwas dunkleres Rot aber immer noch kräftig die Nummer 9 und die 21 na also bisher muss ich wirklich sagen bin ich bis auf dass die Tütchen ähm etwas besser hätten verschließt werden können ähm bin ich da wirklich sehr sehr zufrieden die 22 wie gesagt wir fänden dann auch gleich eine kleine Ecke an wenn wir uns die Leinwand angeschaut haben die 11 die 11 und die 25 und die 25 es hat einen leichten lila Stich mit drin geht ein bisschen doch wieder in die Richtung alt Rosé hat aber trotzdem noch eine starke Farbe ne also sowas finde ich immer sehr toll wenn du manchmal da vor den Farben stehst und denkst so oh ja so hier haben wir einmal 30 Steinchen von der 31 von der 27 brauchen wir die 30 auch schon wieder so ein schöner Taupton das mag ich sowas mag ich ja halt auch also ihr merkt schon auch an meinen Bildern ich mag es manchmal total bunt ich mag es auch manchmal aber auch ziemlich gedeckt ähm ich mag es manchmal wenn viele Farben drin sind ähm dann mal wieder mit weniger Farben ähm also ich mag da wirklich die Abwechslung und das ist halt das was ich am Diamond Painting so feiere es gibt einfach so viele schöne Sachen und man kann sich wirklich das aussuchen was man möchte und jeder kann da seine Lücke finden was ihm gefällt und was nicht wenn einem das Hobby Spaß macht gibt es auf jeden Fall für jeden Geschmack Bilder oder Sachen zum Fänten und ja so die vier das haben wir hoffentlich auch bald so viel liegt hier nicht mehr die Nummer 10 die liebe Heidi hat mich ja auch getaggt bei dem entweder oder ähm Tag und das werden wir auch dann demnächst machen da habe ich beschlossen ähm die Tags mache ich wenn ich die Steinchen von meiner Home-Fun-Bestellung äh wegsortiere die sind ja am 24. März die sind zu meinem Geburtstag sind die gekommen und da hatte ich die nur mal ganz kurz ausgepackt aber sonst noch nichts weiter gemacht das heißt ich habe das Video angedreht vor ungefähr einem Monat und ja das war's ähm das wird auf jeden Fall weitergeführt ich war ja jetzt die letzte Zeit nicht ganz so viel aktiv ich habe auch nicht aktiv viel gepaintet ähm weil einfach Arbeit und Zocken da mal im Fotogrund standen genau und jetzt hoffe ich dass ich langsam wieder ein bisschen Zeit finde für ein bisschen mehr Videos generell einfach mehr zu painting ähm Videos kommen ja immer dann wenn es bei mir passt also mal mehr mal weniger aber das sollte ja auch nicht schlimm sein ihr wisst das ist hier bei mir ein reiner Hobbykanal und wenn ich was Schönes euch zu zeigen habe dann mache ich das ich hatte ja schon mal gesagt ich nehme euch einfach mit auf meine verrückte Reise was hier das Diamond Painting angeht und das ist für mich auch das Ziel meines Kanals ähm einfach euch zu zeigen wie ich Diamond Painting für mich erlebe genau 34 so aber jetzt haben wir es wirklich bald geschafft und dann bin ich mal gespannt wie die Leinwand wird oder wie die Leinwand ist so die 29 ich glaube ich werde wieder meinen Textmarker zum Markieren nehmen das mag ich irgendwie fast schon ein bisschen lieber als wenn ich das hier nur mit Kuli abstreich weiß ich nicht wo ich den hingelegt habe ne ich habe ich erwähne das ja manchmal ich bin ein Chaot dadurch brauche ich auch nicht nur einen Stift sondern ich habe mehrere Painting Stifte das gebe ich zu einerseits weil sie einfach so toll sind andererseits ich brauche immer irgendwo noch einen auf Lager falls ich irgendwo einmal noch keine Ahnung im Garten liegen lassen habe oder der liegt noch im Auto oder sonst wo ne hast du das Auto ausgepackt weil du es mit im Garten hattest weißt aber nicht wo du hin und na ich bin ein kleiner Chaot möchte das aber demnächst noch ein kleines bisschen ändern und da schauen wir mal ob wir es hinkriegen so die 27 auch so ein schönes Babyrosa ne dann oh 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 ich mach mal so ein Tütchen was nicht gut geschlossen ist das war gar nicht zu das war gar nicht zugedrückt na ok das ist jetzt echt nicht so toll die 43 da haben wir aber zum Glück 300 mehr deswegen ist es jetzt nicht so schlimm dass hier da wahrscheinlich ein bisschen Zeug rumfliegt und die 36 ok soweit ich sehe sind alle Farben abgehakt das heißt wir haben alle Farben dabei die Steinchen finde ich für Acrylsteinchen gut die wirken jetzt für mich erstmal auf den ersten Blick in der Tüte nicht als ob die irgendwie großartig sehr klein wären oder unterschiedlich groß ähm ihr seht wir haben hier ein paar Steinchen ich hatte ja hier die Farbe und das Schwarz was nicht richtig zu war und das scheint scheint für mich jetzt hier aber alles eher das Grau zu sein das erkenne ich aber auf meinem weißen Tisch hier recht gut und ja es ist alles Grau und es ist auch alles das Grau hier na super ich bin ein Held ihr seht ja gar nichts ja ihr seht das sind ein paar Krümelsteine also alles gut ja wir tun die hier noch mit rein und dann haben wir die Steinchen geschafft so heute wird auf jeden Fall noch angefangen ein paar Sachen mit auszusehen ähm allerdings in so äh kleinen vorziehhäuschen und die kommen hier dann bei mir in die Küche auf meine Fensterbank ähm und das was dann hier keinen Platz mehr hat das kommt dann äh in den Garten genau auf jeden Fall noch ein Ziel für mich dieses Wochenende wir machen noch mal kurz Lärm räumen die ganzen Tütchen hier zurück wie gesagt das mit den Tütchen ist ganz schön dadurch können wir auch schon eine Painting Probe machen wir kommen hier überall ran und müssen jetzt hier nicht irgendwelche Tütchen erst aufschneiden die dann auch weggepaintet werden müssen ja so kann man halt auch mal schnell sagen okay ohne dass ich mir jetzt ein Einsortiersystem mache kann man trotzdem mal loslegen okay wir machen eine ganz kurze Pause denn ich werde die Kamera nochmal anders ausrichten und ich spring mal ganz schnell in den Keller denn meine Waschmaschine hat gepiept das heißt ich muss meinen Trockner anwerfen ich will nämlich die Zeit dieses Wochenende gut nutzen bis gleich wir kommen jetzt zu dem interessantesten Teil die Leinwand achso hier sehen wir auch den Shop Momo Art ja ich reite mal unsere Leinwand aus und schauen mal was wir zu sehen bekommen die Leinwand ist schön weich wir haben drei unterteilte Folien zum abziehen und wir haben auf jeden Fall schon einen wunderschönen Druck die Folie oder das Papier was hier oben drauf ist ist sehr dünn das ist mir auch gerade schon eingerissen aber der Druck der ist wirklich wirklich gut da war es wieder dumm da war es wieder dumm ja der Druck der gefällt mir echt gut wie gesagt hier die Knitter die sind nicht so schön aber die sind in Ordnung ich werde das Bild in meiner riesengroßen Mappe lagern dadurch liegt es schön glatt denn alle Bilder die ich mal irgendwie angefangen habe oder mindestens angepiltert habe die werde ich nicht hinhängen die werden liegend gelagert genau so und ich muss sagen doch das gefällt mir das gefällt mir richtig gut wir haben jetzt ungefähr so 60x50 aufgedeckt und ich muss sagen ich bin mal so ganz zufrieden tut mir leid dass ich jetzt so euch rumgewackelt habe ich habe euch jetzt auf dem Stativ mit verschoben ich hätte euch am besten vom Stativ runter nehmen sollen ich glaube das ist dann hier auch die Ecke die wir dann anfangen werden zu painten also wie gesagt die Knitter hier in der Mitte die sind nicht schön sind aber noch im Bereich das macht man weil die Leinwand ganz weich aus und das ist glaube ich jetzt in dem Fall auch unser großer Pluspunkt dass es hier so schön ausschaut wir gucken uns natürlich auch noch die untere Seite an ja die Leinwand ist sehr sehr dünn ich zeig das euch mal seht ihr die ist sehr flexibel ich glaube in dem Fall wenn man doch ein paar kleine Knicke drin hat bringt das was so eine Sache muss ich auf jeden Fall aber dann noch machen eine Sache die mir nicht gefällt die aber ich glaube nur einmal mit hier aufkommt das machen wir jetzt auch gleich noch mit zusammen tut mir leid dass ihr jetzt so so viel von meinen Armen gerade seht ich kann gerade die Kameraeinstellung nicht ändern so genau ich nehme jetzt euch aber mal runter was mir nicht so gefällt sind diese Knicke hier weil die sind eindeutig in der Leinwand drin das hier sind Knicke vom Transport das ist eine Stelle da werde ich auf jeden Fall drüber bügeln also ich werde das aufritzen und dann Backpapier drauf und dann wird da gebügelt und was auch ein Bearbeitungsfehler ist ist diese Stelle hier weil da sieht man richtig als die Folie hier aufgeklebt wurde war hier ein Knick und das zieht es halt hier ordentlich rein deswegen werden wir das dann hier jetzt auch gleich aufschneiden und Blatt drücken genau aber das bügeln das übernehme ich dann ein anderem Mal oben an der Stelle wo wir anfangen werden da ist alles perfekt aber das sind nur kleine Sachen und genau hier seht ihr mal den Druck gerade auf Kopf aber ja wie gesagt der Druck der ist der ist wirklich gut dem Druck würde ich ne pure 2 geben genau so wieder ab aufs Statif durch und scharf stellen ähm Klebekraft perfekt kann man gar nichts sagen ja ich würde sagen wir schneiden hier das mal noch mit auf dann ist das nämlich schon mal erledigt ich mach das jetzt auch nicht so professionell ich mach das jetzt auch nicht so professionell ähm da gibt es bestimmt auch noch Techniken wie das einfach besser geht aber das ist so meine Technik die ich mir jetzt so angehöhnt habe mit der ich relativ gut klarkomme aber ja so genau das haben wir und die anderen Stellen da oben die werden einfach mal gewögelt und dann mal begutachtet genau die sind kleine das Bild war auch gar nicht so teuer daher sind die kleinen Mängel die ich bis jetzt für mich festgestellt habe in Ordnung für den Preis wie gesagt Druck ist wirklich erst rein den finde ich richtig richtig gut ja und wir gucken jetzt mal hier in der Ecke was wir da so painten können dazu brauchen wir wieder unsere Steine und ein bisschen Zubehör das werde ich mir jetzt mal alles holen und ja meine Lieben dann sehen wir uns wieder bei der Paint Probe Painting Probe Painting Probe Versuch des Filmens Nummer 3 achja ich habe es erst ohne Lightpad probiert ich habe dann die Kamera falsch positioniert gehabt aber jetzt geht es los ja wir setzen mal ein paar Steinchen hier im Eck haben wir ein paar verschiedene Farben das machen wir und dann hier oben haben wir dann eine größere Fläche wo nur schwarz ist da werden wir auch noch ein paar Steinchen setzen einfach um einen gewissen kleinen Vergleich zu haben so geht das schon mal ganz gut ich bin heute wieder zittrig drauf das legt sich dann aber meistens wenn ich eine Runde gepaintet habe und ich werde heute so ein bisschen was painten ich möchte nämlich noch ein Look on Brokers mit der Luzi drehen und ein Unboxing möchte ich noch machen und wenn ich damit fertig bin danach habe ich ruhige Hände wie sonst was jetzt habe ich so gefühlt ein Zirn was schon ein halbes Winken ist dadurch lege ich die Steine auch sehr langsam aber das ist dann halt auch wieder mein innerer Monk genau aber ich sage mir immer ich habe beim Painten für mich alle Zeit der Welt es ist jetzt mit eins meiner liebsten Hobbys und ich mache mir dieses Hobby nicht kaputt in dem ich mich irgendwie unter Stress oder Druck setze nee 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 also erster Eindruck von den Steinchen schaut so schon mal ganz gut aus wir haben aber kleinere Lücken das heißt man sollte aufpassen dass man die Steinchen ordentlich setzt da hat man wirklich bloß kleine Mikro Lücken und wenn die ordentlich gesetzt sind ähm dann passt das und sollte von der Ferne halt auch gar nicht auffallen und es ist so schön endlich mal wieder hier zu sitzen und zu penden nachdem ich jetzt irgendwie zwei drei Wochen im großteils eigentlich nur gezockt habe äh genau ich war zwischendrin auch im Garten und habe an einem etwas älteren Action-Build weitergepaintet da hatte ich allerdings mein Stativ nicht mit und konnte euch deswegen auch einfach nicht mit an meinem Erlebnis da im Garten teilhaben lassen aber vielleicht ist hier morgen schönes Wetter und ich fahr mal für ein zwei Stunden raus und dann können wir da noch eine kleine Runde im Garten fänden wir warten es mal ab wie gesagt wir haben April das Wetter ist gerade unberechenbar von Sonne bis hin zu Regen und Schnee und Hagel haben wir gerade alles innerhalb von einem Tag also dieses Jahr ist April wieder ein richtiger April so wie im Buche steht genau so aber es macht schon richtig Laune da ist das Zittern gerade wirklich oah ich mag das eigentlich nicht so direkt wenn ich so eine unruhige Hand habe ich habe hier noch ein bisschen schief drauf gesetzt ich muss einfach wieder mehr painten einfach wieder mehr painten genau da war schon wieder das genau das hatte ich vor kurzem oder das wurde vor kurzem in einem Kommentar aufgefasst und das stimmt auch ich nutze sogenannte Füllwörter wenn ich viel rede vor allem weil ich rede ja auch relativ langsam und versuche ein bisschen mit Dach zu reden und jetzt nicht einfach irgendwie hier total chaotisch und hektisch zu reden weil das möchte ich mit dem Hobby wie gesagt nicht verbinden Chaos und Hektik das habe ich im Alltag dann meist genug und ich weiß dass ich viele solche Füllwörter habe aber ich wurde darauf hingewiesen dass ich ein neues Füllwort habe und zwar genau und das stimmt ich habe mir dann das Video mal angeschaut kommt öfter mal vor genauso wie so das allzeit bekannte Ö oder M und ich habe bestimmt auch noch so einige mehr die ich da nutze ähm da haben wir es wieder ähm total in Gedanken ja jetzt habe ich hier ein Haar ja das brauchen wir nicht das kommt weg diese Füllwörter wird es weiterhin bei mir geben ich habe auch eine gewisse eine gewisse Sprachbarriere manchmal hört man das manchmal hört man das weniger raus einige stürzt andere stürzt weniger das gehört zu mir das war schon mal viel viel schlimmer ich habe auch teilweise manchmal gestottert Stottern ist jetzt nicht mehr so daher auch manchmal dieses etwas langsamere überlegte reden aber es läuft nicht immer alles mit dem reden deswegen mache ich eigentlich auch sehr gerne die Videos denn was soll ich sagen mir hilft das mir hilft das einfach ein bisschen freier zu reden und alles so und wir brauchen jetzt die 40 jetzt haben wir hier die 41 die brauchen wir nicht wir brauchen entweder die 40 oder das U wäre auch noch schön das U ist die 7 die 7 oder die 40 da haben wir die 7 und da haben wir die 40 ich fühle mich heute auch irgendwie so total durch den Wind manchmal so ich weiß gar nicht was ich noch so ein bisschen erzählen soll aber das ist jetzt für mich nur ein ein Unboxing halt mit einem Anfanten und deswegen will ich jetzt gerade gar nicht so viel rumrabbeln denn ich drehe heute noch ein Paint with me und ich finde es jetzt auch nicht so toll oder wenn ich euch jetzt alles so doppelt erzählen würde auch wenn jetzt nicht jeder jedes Video schaut genau deswegen mache ich es wahrscheinlich einfach so dass ich jetzt diese kleine Ecke hier noch in einem Speedpainting drehe und noch ein kleines Stück davon und dann erzähle ich euch noch ein bisschen ähm wie ich das Kleben hier mit den Steinen und auf der Leinwand finde und gebe erstmal so noch eine kleine schnelle grobe Review ab was ich von dem Bild halte das klingt doch nach einem Plan und ich kann mich noch ein bisschen vom Kopf her entspannen genau da war es wieder da war es wieder das genau ja wie gesagt wenn euch auch irgendwas auffällt ich glaube wie gesagt das ist auch so ein Wort was ziemlich häufig fällt wenn euch was auffällt sprecht es gerne mit drauf an konstruktive Kritik ist immer sehr gern gesehen aber es gibt Sachen die werde ich nicht ändern können wie zum Beispiel sprachlich das könnte ich wahrscheinlich dann nur machen wenn ich sage okay ich mache ich gehe zum logopäden und 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 ein logopäde kostet ein logopäde kostet viel wenn man das privat zahlt und das ist halt grad das ist nicht das ist generell nicht drin und das will ich auch nicht ich bin kein mensch der perfekt ist und das ist eigentlich auch wichtig dass jeder sich so nimmt wie er ist jeder hat seine Macken seine Schwächen seine Stärken und seine liebvollen Seiten und man sollte sich auch mögen mit seinen Schwächen die man hat was auf jeden Fall geschaut wird in naher Zukunft dass wir hier nicht mehr in der Küche painten ihr hört den Kühlschrank schon wieder das ist einfach nicht schön ja es ist einfach nicht schön aber es lässt sich grad nicht ändern es wird aber hoffentlich bald abgeschafft ähm was sich ändern wird ist wie gesagt die ganze Arbeitsumgebung ich würde gerne meinen PC-Tisch erweitern dass ich noch eine Seite habe wo ich immer painten kann da wird dann auch Unboxings und Paint With Me gedreht das wäre so ziemlich gut ja und wenn ich halt technisch irgendwas verändern kann das probiere ich dann natürlich auch wir hatten das ja schon dass die Stimme zu leise war oder wenn ihr Anregungen habt was man vielleicht mal ausprobieren kann ähm auch in der Art wie man ein Video macht gebt mir da gerne Bescheid ähm ich habe mit YouTube angefangen jetzt nicht weil ich unbedingt ähm Diamond Painting als ähm als YouTuber zeigen wollte sondern weil ich äh gesagt habe, hey mir macht dieses Hobby Spaß es macht mir Spaß äh es macht mir Spaß äh äh zu painten und ein bisschen darüber zu quasseln und vor allen Dingen ähm wollte ich mich mal ein bisschen mit Videoschnitt äh beschäftigen also nur so ein ganz kleines bisschen irgendwie wie klappt das überhaupt was macht man da überhaupt ne ich werde jetzt hier nichts abgespacedes probieren so wie das gerade bei mir eingestellt ist so gefällt mir das eigentlich ganz gut so bin ich sehr zufrieden ähm ja deswegen denke ich nicht dass ich da irgendwie großartig ähm hier abgespacede Videos drehen möchte Nini soll ja immer noch ums Hobby gehen aber so an und manchmal ein bisschen was probieren ist schon jetzt schlecht jetzt kommt die sieben und die sieben ist das U zeig euch nochmal die Steinchen wie gesagt die sehen ganz gut aus sie sind wirklich ein bisschen kleiner aber sie setzen sich wunderschön wir haben keine exorbitanten Lücken wir haben keine exorbitanten Lücken aber wir können die Steine auch nicht wirklich direkt Stein an Stein setzen aber ich hatte das glaube ich auch schon mal in einem Spellqueen Video erwähnt ähm lieber habe ich kleinere Lücken kleinere Lücken ne also sie sollten nicht zu riesig sein als dass die Steine nur ploppen und in der Hinsicht läuft es hier richtig gut ich setze auch langsam die Steinchen ein bisschen schneller weil ich nicht mehr ganz so zittere brauche ich ja doch kein ähm kein Speedpainting heute ich überleg mir immer jetzt ich könnte jetzt das machen oder das machen oder ich mach doch kein Speedpainting oder rede viel und dann mache ich zum Schluss ein Speedpainting und rede weniger da ist vielleicht heute andersrum und wird es halt ein ziemlich langes Unboxing wobei wir sind ja jetzt schon nicht mehr in der Phase Unboxing das ist ja jetzt schon wieder die Phase Paint Probe ähm ich werde trotzdem beides in ein Video reinnehmen und doch also ich muss sagen was ich sehe gefällt mir kann ich sehr gut damit leben für mich sind das Steinchen die ich mit Lightpads setze einfach damit ich die wirklich schön gerade setze und wenn die richtig schön gerade sind und ordentlich gesetzt werden dann entstehen hier auch gar nicht so extremste Lücken dann passt das gut wir haben jetzt gerade mal drei Farben ausprobiert also es kann halt sein dass es hier Farben gibt die ein anderes Ergebnis bringen ich habe das vor kurzem auf Facebook mal gelesen da ging es darum worum vor allen Dingen gerade die 310 oder die 939 oftmals so schlechte Qualität haben das sind halt Farben die sehr viel benutzt werden und sehr viel hergestellt werden und wenn man das Pech hat dass man eine Charge hat mit einer Anlage die halt schon zum Beispiel viel von diesen Steinchen gestanzt oder wie auch immer das hergestellt wird wenn man so eine Anlage da erwischt hat die halt doch schon ein bisschen mehr Steinchen da auf dem Buckel hat dann wird natürlich auch das Herstellungsergebnis irgendwann schlechter wenn man da ganz viel herstellt denn auch die Anlagen müssen gewartet werden das müssen Stanzen und verschiedene Sachen ausgetauscht werden weil es sicher alles auch abnutzt und wenn man da das Pech hat dass da vielleicht gerade nicht so drauf geachtet wurde dann hat man halt eine schlechte Charge gerade bei Farben die halt sehr viel und häufig vorkommen ist man dann irgendwo der Depp wie gesagt ich hatte bisher schon gute und schlechte Steinchen sowohl in Harz als auch in Acryl Harz Steinchen werden immer meine Lieblings Steinchen bleiben deswegen sage ich wie gesagt auch bei Harz kann man extremsten Ausschuss haben oder auch mal eine Charge haben die absolut schlecht ausschaut wichtig ist dass man es erkennt am besten erkennst der Händler natürlich schon selber oder wenn dann halt der Endverbraucher das erkennt dass man da einen Händler hat mit dem man reden kann also wenn da mal irgendwas ist versucht am besten erstmal den Händler da irgendwo zu erreichen ganz oft kann man da auch wirklich was machen ok wir brauchen das F und zwar das F ist die Nummer 11 die Nummer 11 hatte ich hier schon mal gesehen das ist ein Grau mit einem Grünstech ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt aber wie gesagt hier die Steine was wir bisher haben ist wirklich ok lässt sich wunderschön damit arbeiten ungefähr die Steinqualität von Spellqueen Spellqueen allerdings würde ich so sagen sogar noch gefühlt ein Grenzestück besser ok wir setzen hier jetzt noch das F da haben wir das F auch schon wieder fast fertig ok wir setzen hier jetzt noch das F durch diese kleine Paint Probe die ich hier mache gerade wieder so im Painting Fieber dass ich am liebsten jetzt das ganze Wochenende nix anderes machen würde was aber leider nicht geht deswegen ich haue mir jetzt wirklich auf die Finger und mache wirklich hier nur dieses kleine Eck was ich angefangen habe und setze dann hier noch ein paar schwarze und dann geht es nämlich weiter aber zum Glück nicht nur mit Haushalt auch mit Fäden und heute Abend mit Socken so wir haben das N N hatten wir doch schon mal das war die 40 da brauchen wir nochmal 3 Stück was auch wunderschön ist ich freue mich auch schon auf meinen Urlaub ich habe zu Pfingsten habe ich frei wenn da wunderschönes Wetter ist gibt es dann natürlich ganz viel Gartenwork and Progresses wenn kein schönes Wetter ist dann arbeiten wir natürlich an den etwas größeren Bildern weiter die nicht mit raus sind den Garten kommen ich würde sagen wir lassen uns da einfach komplett überraschen wir brauchen das K und das ist die 29 29 habe ich jetzt erstmal noch nirgends gesehen 43 die 30 die 20 die 28 die 20 die 28 ich finde meine Farbe nicht doch da haben wir sie die 29 die 29 K ja also Urlaub wie gesagt da freue ich mich schon richtig drauf ähm zu Fadertag habe ich auch einen Brückentag und das sind so Zeiten und das sind so Zeiten die ich auch wirklich nutzen möchte zum Ausruhen zum Entspannen ein bisschen zu Pinten oh mein Gott wenn ich an dem Tag keine Lust habe zu Pinten sondern eher zu zocken dann werde ich halt zocken ich mache mir da gar keinen Druck die 43 die 43 juhu die 43 ist das R die brauchen wir ganze zweimal zwei Steinchen zwei Steinchen zwei Steinchen so auch Männertag wir machen da unseren Frauentag draus so und da mache ich immer mit einer guten Freundin machen wir uns einen schönen Tag ich hoffe das wird dieses Jahr auch einigermaßen irgendwie klappen letztes Jahr konnten wir da zum Glück immerhin schon Marzen Eis die laufen und ins Eis holen ich weiß gerade aktuell nicht wie da die Bestimmungen sind was man da gerade darf was da geht ich möchte noch ein P das ist die 45 40, 35 40 oh je die 46 ich bin blind ich finde meine 45 nicht da haben wir die 45 und ein einzelnes Zeh wenn wir dann noch brauchen das ist die 19 ich bin gespannt ich bin gespannt so hier haben wir ein Steinchen das hat so eine Nase dran schneide ich mir mal weg wenn das mal so ein einzelnes Steinchen ist habe ich da kein Problem mal das Cutter an die Hand zu nehmen und so eine Nase wegzuschneiden manchmal wenn ich weiß ich habe wirklich mehr als genügend Steinchen dabei dann sortiere ich die einfach aus und lasse weg und jetzt die 19 ein einzelnes Steinchen die Nummer 19 und dann haben wir hier die Ecke fertig die 310 wollten wir noch probieren Schaut ganz gut aus. Ich sehe ein paar kleine Macken und ich sehe auch, dass sie teilweise ein bisschen unterschiedlich groß, aber das kommt halt vor, das kommt halt leider vor. So im Großen und Ganzen bin ich aber recht zufrieden damit. Gut. Mit dem Schmerz. Wie viel drehen wir jetzt eigentlich schon? Jetzt haben wir auch schon alleine hier mit der Pinprobe 28 Minuten. Es wird ein langes Video, ein sehr langes Video, ich werde es jetzt aber trotzdem nicht splitten. Okay. Also gerade bei Schwarz, wenn ich so ein bisschen Steinchen ausprobieren möchte, meine Art, das Schachbrettmuskel zu legen, ist erstmal mit der Pinzette und das Auffüllen mache ich dann mit dem Stift. So arbeite ich sehr gern. Geht auch sehr gut für mich. und sehr sauber, sehr ordentlich. Und sehr sauber, sehr ordentlich. Die Leinwand hat es ja verraten, der Shop war Momo Art. Und soweit ich mich erinnere, war das Bild auch gar nicht so arg teuer. Ist leider mein Tablet nicht da, sonst hätte ich mal nachschauen können. Das geht ja nun nicht. So im Großen und Ganzen bin ich erstmal zufrieden. Ihr merkt gerade, ich bleibe hier immer an der Seite hängen. Washi Tape. Hätte ich eigentlich auch schon eher machen können. Auf der einen Seite ist auch wirklich sehr viel Überstand von der Kleberseite. Da wird hier das Washi Tape sogar noch nicht mal ausreichen. Das ist übrigens Washi Tape aus dem Action, glaube ich. Mir gefällt das so sehr, die Farbe. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Und da klebt es auch schon. Wie man so schön im Schwabenland hier sagt, es bippt. Okay. Ich glaube, ich werde erst nochmal in Action gehen müssen und gucken, dass ich da vielleicht nochmal so ein Washi Tape bekomme. Ich mag einfach Sachen, die fürs Auge sind. Ich mag einfach Sachen, die fürs Auge sind. Ja. Da habe ich hier nämlich das blaue Wachs. Das nutze ich schon immer sehr gern. Vor kurzem habe ich ein rosanes aufgebraucht. Da konnte ich endlich wieder ein blaues anfangen. Also. Ja. Da geht's. Ihr merkt das vielleicht, ich bin auch ein Mensch. Ich muss eigentlich immer meine Hand ablegen, wenn ich arbeite, um genau zu arbeiten. Hier so wie jetzt, wo ich so eine große Klebefläche habe und das ist für mich ziemlich anstrengend, wieder so eine Macke von mir, deswegen arbeite ich sehr gerne in kleinen Schritten mich immer irgendwo vorwärts oder arbeite halt so, dass ich die Möglichkeit habe, meine Hand trotzdem abzulegen. Aber wir haben es bald geschafft und dann schauen wir uns mal an, wie die Steinchen liegen. Ich habe hier ein paar kleine Ausschusssteinchen. Aber ansonsten sieht das hier echt alles sehr gut aus. Aber ich habe überall kleine Ausschusssteinchen immer mal wieder. Ich hatte noch keinen Anbieter, wo ich absolut nichts in Ausschuss habe. Genau. Aber ich finde hier die 310 schaut ganz gut aus. Okay, ich hole euch gleich mal runter und dann gucken wir mal näher drauf. Okay, ihr seht hier die 310 und die schaut wirklich gut aus. Wir haben minimals kleine Lückchen, aber wenn man das unten nicht setzt, fällt das gar nicht auf. Und hier unten ist die Ecke, die man mit verschiedenen Steinchen gesetzt hat. Auch da sieht man, die Steinchen liegen nicht direkt nah an nah. Aber wenn man die Uhr nicht setzt, hat man ein wunderschönes, tolles Ergebnis. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht 100% akkurat gearbeitet. Kleine Lücken erkennt man. Aber ich für mich bin zufrieden. Und hier sieht man auch nochmal den Druck. Doch mag ich. Fazit. Kann man kaufen. Ihr Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch wenn es ziemlich lang war. Und auch teilweise manchmal so ein bisschen, ja, dass ich ein bisschen geschwiegen habe. Gar nicht so viel geprabbelt habe. Oder vielleicht nur Unsinn geprabbelt habe. Ich lade das Video trotzdem hoch. Und ja, vielleicht mag ja der eine oder andere den Shop mal ausprobieren. Ich jedenfalls bin ganz zufrieden damit. Bis auf die ein, zwei Sachen da bei der Leinwand. Aber das sind so Sachen, die kann man beheben. Und ich denke mal, das wird auch nicht bei jedem so sein. Vielleicht habe ich da auch einfach nur Pech gehabt. Denn die Leinwand von der Heidi, die sah, glaube ich, gut aus. Da war, glaube ich, gar nichts. Und wie gesagt, das, was hier ist, habt ihr ja vorhin gesehen. Einfach Karte-Messer nehmen, aufschneiden und schon sieht es gut aus. Also, schön, dass ihr reingeschaut habt. Bis bald und bis zum nächsten Video. oder bis zum nächsten Video? dez